Ah! Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie ganz, ganz kurz bitten, hier zu warten. Ganz, ganz kurz bitten, ich habe für einen Prominenten eine Sicherheitszone zu errichten. Wenn Sie ganz, ganz, ganz kurz warten, bitte. Ich schätze 30 Meter bis zum Ausgangspunkt. Sehr gut, danke, ich sage euch Bescheid. Wenn Sie so lieb wären, da drüben zu warten, bitte, ich muss für einen Prominenten eine Sicherheitszone errichten. Sind Sie so lieb. Ganz kurz, bitte auch sitzen bleiben hier. Das ist sehr lieb, Dankeschön. Bitte nicht fotografieren. Zweites Boot unten. Und ab geht's. Danke für Ihr Verständnis, bitteschön. Danke für Ihre Kooperation, Dankeschön. Dankeschön.